Hi, ich zeig euch heute ein Get Ready With Me zum Thema Weihnachtsmarkt. Da gehe ich nämlich gleich hin. Und ich hab mir gedacht, dafür schminke ich mir einen, ja, recht eisigen Look mit Blautönen, Silbertönen. Ja, aber auch jetzt nicht allzu lange dauern soll. Also für meine Verhältnisse nicht, ich brauche ja mal Ewigkeiten zum Schminken. Aber ich zeig euch jetzt auf jeden Fall schon mal, wie der Look aussieht, damit ihr, ja, schon mal vorsieht, wie das aussieht, weil man kauft ja auch nicht die Katze im Sack. Ihr seht hier die Augen, die relativ silbrig-bläulich schimmern. Und ich hab das relativ weit auslaufen lassen, aber das müssen die Katzenaugen werden. Die Wangen sind darauf abgestimmt, ein zartes Rosa, ebenso die Lippen. Ja, aber das ist auf jeden Fall der Look, den ich euch jetzt präsentiere. Bis gleich! Abonnieren! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020